wieder finde er ist natürlich wieder mit aber viel wegen wo ist das muss man schon sagen viele grüßt haben wir die jetzt voll haben wir den jetzt war es nicht probieren wir es oder oder habe ich davon besiegt was war denn noch mal haben wir den schon nach den haben wir noch nicht dann kriegt der klammer einer aufs maul ok passt und benötigt sich gleich mal lieber kratzer weil bei doppelschlag wäre mir doch nicht zu sicher gewesen passt geht schon uns geht schon uns die muss nicht mehr nachdenken hier kommt einfach eine ist schon in der box drin ist schon von everone und wieder neue eintrag aha also geht es eigentlich schon von anfang an auf die 400 also gibt es wirklich am anfang schon diese 400 nationalpunkt also die gala region die ist das sehen ist sie wissen was ich mal ja ja ich glaube es geht jetzt schon bis zu den 400 das kann schon möglich sein ja ich glaub das geht wirklich schon bis zu den 400 so dann sprechen wir gerne noch mal mit ihr und beziehungs gerne mal die pokémon und die punkte oder was also was auch immer sie da eigentlich das so 100 100 perl ahja ahja alles klar ok ja schön hab ich schon also muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen doch also es hat mich hier das ist besser schon mal hier war es war es bei dem ersten aber ort freundlich gar keine eigentlich normalerweise also damit man da überhaupt online spielen kann normalerweise eigentlich schon weiß ich nicht wie die wie die das da wieder aufgebaut haben nur damit sie ja Chip auf oder den tun wir doch mal überhaupt reichen hier weil da weiß ich nicht zu ganz einmal so du mal du mal dreimal schub du mal dreimal schub ja ja komm schon einmal geht noch perfekt perfekt ja dreimal war genau richtig anscheinend dreimal war genau richtig ach was ham uh tot ha ha ?? da 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 kommt nicht raus woher ist jetzt schon Hunter wir können sichじゃ scholler sehe 20 Folgen nur in der Zone Befinden Scheiß, die wandern. Hey, aber, aber sie leveln, das ist auch was Positives. Ah, schön, wieder die Säure, das ist sichtbar. Alter, die Säure hat's aber ordentlich in sich. Ist so narisch. Die Säure hat's drauf. Das muss man schon lassen. Die Säure hat's wirklich drauf. Ah, Wahnsinn, Wahnsinn. Haha, level up! Perfekt, 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 perfekt. Und wir schauen mal aus, entwickelt sich immer jemand? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich glaube, das Vogel... Pokémon. Könnt ihr dann... Könnt ihr dann sicher schon... Warte, 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 warte. Sorry. Besser. Ja. Ja, jetzt haben wir unseren letzten Drank auch verschwendet. Perfekt. Okay, Miraplast. Warte, dann holen wir gleich mal die Hut. Ja, hat aber natürlich viel Wirkung. Ja, wieder Doppelschlag. Definitiv. Oh, da schaut schon mal... Oh, oh, das... Digi! Da hielt ich gleich komplett fertig machen. Wollen wir ja noch... Wollen wir ja noch mithaben, der Mann. Digi, Bruder! Da muss ich aber jetzt los! Alter! Das muss klar sein, oder? Alter, wenn der jetzt raus springt, der vor allem... Aber was mit den anderen nicht gestimmt hat. Sogar noch im roten Bereich. Und noch... Natürlich mit viel Glück. Aber im roten Bereich! Alter, ich will dann halt wissen, wie dann... ...der erste Arena... ...worden, also... ...Tornier, whatever! Wie schwer das dann eigentlich sein wird, weil ich... ...nehm schon an... ...sie werden wahrscheinlich dann nicht geplant haben, dass ich relativ lange einmal... ...in dieser Zone sein werde. Also, jedenfalls ich jetzt eigentlich selber nicht einmal geplant. Alter, jetzt... Okay, man kann ja eigentlich nur, wenn man auf sie zu... ...läuft... ...und dann quasi... ...sie ansprechen... ...und alles drum und dran. Okay... ...Pupus... ...XS... Okay... Ich bin jetzt aber gespannt. Das schaue ich mir jetzt aber genau an. Was haben wir denn da gekriegt? Ach, das ist so... Ach, extra Zucker oder was? Ah, Erfahrungspunkte! Ah, so ist das! Na dann, da sage ich niemals nein! So, da muss ich natürlich ein bisschen durchschauen. Nee, klar! Was haben wir da alles? Da weiß ich schon, dass wir relativ gleich aus. Irgendwas hab ich da gesehen. Irgendwas hab ich da gesehen. Irgendwas hab ich da gesehen. Warte! Jetzt tun wir hier mal gleich mal. Mach mal! Machen wir wieder 3! 3 ist wirklich eine gute Zahl gewesen, muss ich sagen. Das ist eine gute Zahl! Einmal geht noch! Einmal geht noch! Einmal geht noch! Ja! Ja! Perfekt! So, den Rest. Der gehört schon bei uns. Perfekt! 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 Der schaut jetzt aber wenigstens wie ein Träner aus. Nein! Doch nicht! Wunderlos! Ah, Luxusball, Wunschbrocken, Metronom! Alter! Ah, okay! Sorry! Also, falls ihr natürlich da irgendwie was nice findet, das Geld, also das Vieh fang ich dann definitiv. Ah, da mussten auch schon mal was nice dazukommen. Ha! Ha! Ah, wie die weglaufen, finde ich so nice! Ha! Ah! Wie die weglaufen, finde ich so nice! Na, auf was mal! Das muss ja nicht heißen, nur weil er jetzt, das kann aber auch heißen, dass man vielleicht doch extra ein Ei aus er machen muss. Kann auch gut möglich sein. Also, ähm, dass die, dass der gleich mal ein bisschen Ficke-Ficke macht mit Tito. Wir kommen hier auch schon langsam Richtung Stadt. Uh, da mache ich ja mal einen Ball. Perfekt! Okay, ja, jetzt wird's schon wieder ein bisschen... Ah, ja, da kommen wir wieder... Oh, perfekt! Hahaha! Da kommt schon was Neiges auf uns zu wieder. Na, bist du ein Arsch! Hahaha! Dann können wir ja komplett anders hier, aber ein Sakel, das... Okay! Okay! Ja! 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 Kann man... Leicht mal... Wo falsch hinkommen! Definitiv! Wir scharzen Matthias, wie stark bis... Haha! 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 Okay! Ja, also... So... Da... Das dürft's mir da nicht festnehmen, aber in dem Fall... Kann ich da noch nicht wirklich nix tun. Oh! Zwirlicht! Komm, die Zwirlicht! Komm! Wird aber auch wieder sicher viel zu stark sein. Ah! Ah! Schade! 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 Ah! Ich glaube, wir sollten sich immer lieber von hier ein bisschen fern halten. Ah! Damit... Oh! Okay! Ah! Schade! Das ist aber gleich nachläuft! Neid! Schleicht! Da haben wir gleich wieder was! Da haben wir gleich wieder was! Ich fang... Ich fang... Na! Das geht fix nicht! Na! Das geht fix nicht! Haben wir jetzt eigentlich gedacht, man könnte ja... Vielleicht kann man ja die Starter... Weißt du wie sie machen? Dass man die Starter vielleicht auch hier finden könnte... Ah! Na! Das glaube ich nicht! Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube nicht, dass wir den Starter hier kriegen! Ich weiß das! Ich weiß das! Kann... Kann schon gut möglich sein, aber... Ich glaube es nicht! Ich glaube es nicht, dass wir hier einen Starter kriegen! Also... Er hätte schon... Er hätte aber hier schon Potenzial! Das muss ich schon sagen! Potenzial hätte es hier! Oh! Ja schau! Ah! Notiz! Die Natur zu mir äh... Ja! Ich sehe das mir das jetzt schon... Erklärt hat! Das ist super! Das ist schon mal... Zeit gewesen! Sagen wir es mal so! Wie stark bist denn du? Sag mal her! 15er! 15er! Passt! Doppelschlag! Gleich mal in deine Fresse! Oh shit! Ich glaub... Oh! Mal vorsichtig! Reicht denn doch lieber ein Kratzer? Weil wenn ich Doppelschlag mache... Kann sein, du hast vielleicht ein Volltreffer oder Tschüss-Papali! Weil wir haben jetzt mit dem Doppelschlag schon öfters mal einen Volltreffer gehabt! Alter! Die Attacke ist... Kann es aber schon! Ne! Kann es aber schon hier! Ah! Dann würde ich es gar nicht mehr so schlimm nehmen, wenn der jetzt ausgesprungen wäre! Aber... G'schädigte haben wir eh ein bisschen, wie es zu sehen ist! Perfekt! Next level up! Schön für die! Da ist diese von Sonne und von Mond! Und... Baut man nicht dazu! Ah! Da... Da... Da stehe ich schon wieder den X-Nag! Oh! Hydro-Pumpe! Ah! Hydro-Pumpe! Das ist schon was feines! Ja! Füchs! Wieso neid? Ja! Danke schön! Okay! Hat sie erledigt! Dankeschön! Du... 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 Deppeln!!! Althe하�te! Durch das... Ja! Ich frage mich aber nur... Ich frage mich nur... Wie weit geht es dann noch... Weil jetzt würden wir alte einmal in der ersten Stadt, so... Erst eine große Stadt einmal ankommen Aber da? Wie weit geh's denn da über gehen? So gute Fahrle Ja... Ah, da merkt man schon mal, es ist schön sonnig. Da könnten auch gleich mal andere hier sein. Definitiv. Was haben wir denn da zum Beispiel? Das wird die Gamma ja schon. Kommen wir mal her, kommen wir mal her. Nein, wurscht. Ja, ich würde mal sagen. Ah, hi. Hi, wie viel willst du denn diesmal haben? Ja, wieder 100 Watt? Nein, kriegst du die 100 Watt. Wie die schöne Riesenperle, alles klar. Ja, kann man dann eigentlich gut verkaufen. Ha. Komm, aber diesmal bitte kein Kappado. Mal schauen, mal schauen, wie sind wir jetzt? Ja, ist schon mal was. Nein, ich sag mal her, wie stark Pisten wir überhaupt haben. Oh, 15, ja. Ja, da hätte ich aber noch gesagt. Zweigstoß ist ja eh nicht. Also, ha, früher war es jetzt stark. Ah, Volltreffer. Ja, mit Volltreffer, dann kannst du dann doch ein bisschen schief gehen. Ja. Okay, das war es wohl nicht. Alles klar. Na gut, passt. Okay, na gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Mal da hin. Das ist jetzt mal das nächste Ziel. Wir haben ja sowieso schon Level Up gehabt. Wir haben schon so viele Kfangen gesehen. Und wir müssen definitiv auch ein bisschen stärker werden, wenn wir da gegen gewisse andere antreten wollen, beziehungsweise empfangen wollen. Wir hätten aber rechts eigentlich noch ein ganzes Stück weit gehen können. Irgendwann, da geht es mit der Naturzone da ganz noch weit weiter. Wahnsinn. Das ist wirklich noch weit weiter gegangen. Sogar noch wieder das Klurak. Wahnsinn. Ach, da müssen wir sowieso mal vorbeischauen. Da müssen wir sowieso vorbeischauen. Na gut. Dann sprechen wir einfach mal so typisch mal mit jedem. So, vielleicht kriegen wir ja dann wieder was. Ich kann ja auch wieder möglich sein. Weil sonst hätten wir nicht das Pikachu kriegt. Ohne Spaß. Alter. Ja, okay. Wenn es auch so fahren könnte, wahrscheinlich später. Aber trotzdem ist es schon ganz wichtig. Und dann gibt es da eine neue Funktion da drin. Oder nennst du jetzt die Box? Aber wenn du mir jetzt daherkommst, wird es eine Box dann. Ficke dir, oder? Na ja. Bist du mir jetzt verarschen mit der Scheißbox? Alter, wir sind... Ah, okay. Bestell doch einfach mal ein bisschen und dann eine Liga-Karte. Ach so. Damit man da so ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr vom Aussehen hier, oder was? Oder... Ah. Okay. Also das werden wir wahrscheinlich brauchen. Und dann so für diese Turnierkämpfe. Damit man sich auch ein bisschen so präsentieren kann. Vom Ausweis her und so. Ich bin schon gespannt. Ich bin schon auf den ersten Turnierkampf gespannt. Ich freue mich schon. So, dann gleich mal Heilung natürlich. Danke, dann mal her. Wir schauen uns in unsere aus. Boah. Unser links oben. Oh, das schaut schon wieder fein aus. Die Geile, also. Es reicht uns dann so fetter Drops. Ja, das wäre geil. Na gut. Dann machen wir das einmal. Und... Bokeh-Jobs. Bestehs. Bokeh-Jobs in Galasen und Sarriere. Für immer nach Pokemonin bei einem bestimmten Aufgaben helfen. Aha. 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 Ha. Also der höre definitiv. Kann ich da mehr auswählen? Ich hoffe es. Ey, wo wir da noch alles aussuchen. Ja. Wie viele gehen? Drei gehen. Äh. 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 Boah. Dann nehmen wir. Ich hab da noch dazu. Ja. Ganzen Tag. Kein Problem. Haha. Gleich mal motivieren. Tschüss. Das wird ja immer geil. Das wird ja geil. Das wird ja geil. Das ist nicht schlecht. Also das wird ja jetzt wieder top. Werde zwar halt... Das hab ich auch schnell vergessen. Aber gut. Einmal Hintergrund. Ah. Das ist... Das ist mal... Ja. Ja. Ich glaube ich kann nicht damit anwählen. Definitiv nicht. Nee. Werden. Na woat, na woat, na woat. Ja. Die halt einfach den gemacht. Woher Gesichtsausdruck. Hm. 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 Irgendwie hat das was. Irgendwie... Irgendwie schon. Aber irgendwie... Ja. So. Zugemachte Augen. Ja. 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 Das nehmen. Da. Der gefreut sich das so sehr. Ja. Fix. Ja. Da haben wir gleich was. kurz. Perfekt. Ähm. Ja. 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 Voll. Na. Hat eh nichts. Also. Nee. Das ist aber nicht. Was haben wir den ganzen Tag gemacht. Wir haben ja schon. Wie viel haben wir denn schon überhaupt. Wir haben schon. 27. Bist du ein Arsch. Mit dem Führungs. 380. Ungefähr. Moin. Ah. Nee. Da tauschen du immer nicht. Weil das tauschen ist dann immer das so. Na. Die. Die. Die verscheißen uns vielleicht doch mal. Na. 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 Auf. Auf. Du. Passt. Das ist bereits repariert. Gan safegues. Ja. Anикеitalter. Anführungszeichen.